Vielleicht mal ein bisschen weiter wegschauen. Ist wirklich nur ein Schild? Ich dachte, es waren mehrere Schäden. Oder irgendwann mal irgendwo drei in der Nähe. Mist, wenn das irgendwie doppelt, also wenn es zu wenig zerrt wurde, dann ist das nicht gerade gut. Und das können wir noch nicht abschliessen. Sehr toll. Jetzt weiss man nicht mal, welcher Charakter das war. Haben wir jetzt diese Quest versaut oder was? Hm, was sagen wir jetzt nochmal? Die Puppe ist hier! Was macht die Puppe hier? Ja, toll. Was soll ich jetzt machen, wenn ich die Quest nicht abschliessen kann? Muss ich noch Einfluss erschienen irgendwie? Ich möchte schon viele Gebäude und so haben. Ja, was steht dann hier? Fortschritt 17 von 20. Also fehlen genau die drei Schilde, die ich meine. Genau die drei Schilde. Ah, hier ist ja noch eins. Wieso sah ich das vorher eigentlich nicht? Was steht da? Die Boot investieren. Und wo sind die anderen zwei? Da ist noch eins. Da ist noch eins. Jetzt fehlt uns noch eins. Noch ein Schild fehlt uns. Tja. Gute Frage. Die Schilde sieht man auch so schlecht, wenn sie irgendwie markiert werden. Ja. Nein. Wir sind ja überall hier, da haben wir irgendwas vergessen. Das ist nur die Mine, die so funkelt. Oh je. Ja, Suchspiele. Wenn sie so unfair sind, sind sie schon schwer. Ich dachte immer, hier sei irgendwo ein Schild, aber so wie man es sieht, nicht. Da vorne habe ich auch mal gemeint, dass da ein Schild irgendwo entsteht. Ach, wir finden es schon. Irgendwo, irgendwann. Dirk. Also machen wir mal die Quest. Was für ein Sonnenuntergang. Ja, es geht nichts über einen Feuerball. Gleich noch einmal. Klickt mit der Aktionstaste auf den Himmel, um in den Sonnenuhrmodus zu wechseln. Wenn ihr die Aktionstaste loslasst, bewegt sich die Sonne. Ah, Macht über die Sonne. Aber große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Zeig uns, wie es läuft, Boss. Wir haben eher Macht über die Erde als über die Sonne. Gut gemacht, Herr. Aber alles Licht braucht einen Schatten. Lass die Nacht hereinbrechen. Sonst würden wir ja das ganze Sonnensystem eigentlich irgendwie ein bisschen falsch drehen. Okay. Sehr leise. Es ist schrecklich. Dieser Hahn weckt mich jeden Tag auf. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte, bring ihn zum Schweigen. Vielleicht können wir ihm helfen, Herr. Hilfe zahlt sich immer aus. Hähne krähen stets bei Sonnenaufgang. Vielleicht kräht der Hahn, bis er heiser ist, wenn die Sonne ausnahmsweise nicht nur einmal aufgeht. Okay. Dann müssen wir einfach den Tag nach Tag machen. Ja, jetzt ist schon gut. Ja, das hast du jetzt da vorne. Ja, wir haben wenigstens hier noch ein paar Tribute. Und jetzt suchen wir den Schild weiter. Das haben wir. Das da oben haben wir. Wo haben wir den Rest nicht? Ich denke, es ist hier in der Nähe. Aber wo? Da unten. Das haben wir ja. Also das haben wir. Das haben wir. Der Rest? Das könnte doch so offensichtlich sein. Ich weiss nicht. Vielleicht wissen wir es ja dann. Also das haben wir. War hier nicht ein Schild? Das hier haben wir. Das hier haben wir. Ich glaube, ich fang an zu... Ah, mich nervt das so extrem. So muss es solche Quests geben. Und wieso gibt es keine Hilfe? War hier irgendwo im Wald eins noch? Ja, das weiss ich ja, aber... Oh, das könnte doch so offensichtlich sein. Gibt es nirgends eine Hilfe? Schauen wir noch so mal ringsum. War hier ein Schild? Kann man hier irgendwas sehen? Ja, übrigens... Übiges Erd. Das sollte dann unendlich stehen. Wenn wir es richtig gemacht haben. Oh, ihr habt es sicher schon lange gesehen und ich wieder mal nicht. Hier unten? Nein, denke ich nicht. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber... War nicht hier irgendwo eins? Ah, ich möchte doch das gerne jetzt abschließen. Da bin ich schon ein paar Mal drüber und ich hab nix gesehen. Naja, schade. Kann man wohl nix machen. Okay, dann warte ich auf eure Ratschläge oder eure Tipps. Und beant ihr jetzt das... Let's play. Also, Vaterschaftsklage ist jetzt vorbei. Kann man das jetzt nicht mehr wiederholen? Mist. Mist. 20.000... Du... Ah, Tribute hab ich weniger. Ja, toll. Jetzt fehlt mir noch ein Schild. Und hier, die haben wir nicht bekommen, oder was? Also, machen wir hier noch kurz diese Sachen. Der Weg. So, und hier? Nein. Hier. Nein. Machst du lieber aufs Dorfbohnen. Ja, hier machst du aufs Dorfbohnen. Brav. Spielen. Nein. Nein. Schlafen. Nein. Nicht im Lagerhaus. Ja. So, spielen, klar. Was darfst du mit der Voter-Puppe? Okay. Ja, ähm... Eventuell werde ich die 20 Attribute noch hinschieten. Weil man es ja nicht wieder neu machen kann. Sonst werde ich einfach nochmal das Spiel bis hierhin spielen. Und nochmal schauen, dass ich alles so machen kann. Ah, ich hab's ja jetzt gefunden. LOL. Da hab ich ja geschaut. Okay, immerhin 20.000. Ja, 2.000. Okay, immerhin hab ich's gefunden. Okay. Gott, oh Gott. Ich dachte, ich wusste doch, dass es hier unten eins ist, aber ich hab's nie gesehen, weil ich dachte, es ist hier. Oh Gott, oh Gott. Also. Was hast du jetzt wieder zu? Hast du noch irgendwas Neues? Nein, du zerkleinest keine Erz. Nein. Machst du nicht. Du zerkleinest keine Erz. So, also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und jo. Nächstes Mal geht es dann wirklich böse zu. Und auf der nächsten Map können wir so richtig gut böse skillen. Also richtig cool sein. Also bis denne. Und schaut nächstes Mal wieder weiter. Es wird sehr, sehr lustig. Also bye.